Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen zu diesem kleinen Guide. Ich möchte euch heute ein paar Empfehlungen geben, was ihr euren Thrulls an Rüstung mitgeben könnt. Ja, und willkommen in meinem kleinen Modepalast hier. Ich habe bei der Auswahl der Rüstung darauf geachtet, dass ich bis auf eine Ausnahme keine Rüstung aus DLCs benutze oder aus dem Battle Pass oder aus Dingen, die ihr im Bazaar kaufen konntet. Das heißt, das sind alles Rüstungen, die ihr normal erlernen könnt, um sie dann herzustellen. Da gibt es eine Ausnahme. Außerdem habe ich alle diese Rüstungen erstmal eingespawnt. Das heißt, sie kommen mit den Standardwerten, ohne dass sie mit einem Rüstungsmacher hergestellt worden wären. Oder ohne, dass sie irgendwelche Verbesserungen bekommen haben. Ganz zu Beginn des Spiels werdet ihr vermutlich Dafari-Kämpfer als Begleiter haben. Die haben recht geringe Lebenspunkte. Ihr habt aber trotzdem schon die Möglichkeit, sie durch Rüstungen zu schützen. Da haben wir hier als erstes mal die Barachang-Gauer, Barachang, das ist ein fürchterliches Wort, Barachang-Gauner Rüstung. So, die hat er hier jetzt von mir bekommen. Und die gibt euren Sralz mehr Gesundheit. Und zwar hat die einen Rüstungswert hier in der puren Form von 412 und gibt eben meinem Sralz entsprechend mehr Gesundheit. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, hat er jetzt hier mit der Rüstung 364 Lebenspunkte. Und wenn wir ihm die gerade mal ausziehen, dann hat er 264. Also die bringt mit jedem Kleidungsstück 20 zusätzliche Gesundheitspunkte. Das ist etwas, was man glaube ich gerade am Anfang gerne nimmt für seine Sralz. Wie gesagt, ist leicht zu erlernen, ist eines der ersten Dinge, die ihr überhaupt herstellen könnt. Dann hätten wir hier diese Rüstung, da hatte letztens auch jemand nachgefragt. Das ist die hyperboreanische Sklaventreiber-Rüstung. Ihr seht schon Rüstungswert 436, aber die gibt uns jetzt nicht mehr Gesundheit, sondern die gibt uns jeweils Stärkewaffenschaden. Das bedeutet, wenn wir in die Stats reingucken, in die Werte, dass sie hier einen Stärkewaffenbonus zusätzlich bekommt. Sie hat wohl vorher schon, warte mal, ziehen wir ihr nochmal die Sachen aus. Genau, diesen Mutrüstungsbonus hatte sie sowieso schon. Mit dieser Rüstung bekommt sie einen Stärke-Schadenbonus von 14%. Wenn wir jetzt denken, wir möchten Beweglichkeitskämpfer haben auf dieser Stufe, also sei es nun als Bogenschützen oder mit einer anderen Beweglichkeitswaffe, dann haben wir nicht wirklich eine Auswahl an guter Rüstung zu Beginn des Spiels. Ich habe hier aus einem DLC, und das ist jetzt die Ausnahme eben, eine Rüstung genommen. Die Samoranische Diebes-Rüstung ist das. Und die gibt jetzt Beweglichkeitswaffenschaden, aber kommt wie gesagt aus einem DLC. Und nicht jeder hat DLCs. Die Frage ist auch, ob ich das überhaupt empfehlen würde. Sie hat hier jetzt 20 zusätzlichen Stärkewaffen, Beweglichkeitsschadenbonus. Aber ja, also ich würde es nicht unbedingt empfehlen, weil sie vielleicht eher mehr Gesundheit braucht, zum Beispiel. Ja, aber das wäre eine mögliche Option, insofern ihr das habt. Dann kommen wir zu den Rüstungen im mittleren Game. Diese Rüstungen habt ihr alle automatisch in eurer Werkbank. Jetzt ist es hier so, bei diesen Rüstungen ist es jetzt schon so, dass ihr teilweise die Rüstung lernen könnt. Oder im Falle dieser ersten Rüstung hier, die ich euch zeigen will, das ist die zimerische Stahlrüstung, die könnt ihr auch finden. Und zwar, wenn ihr so eure ersten Ausflüge hier in den Norden macht, dann habt ihr hier diesen Bereich hier, den Hügel der Toten, hier drumherum. In diesen Camps, wenn ihr euch dort hinbegebt, dann könnt ihr sehr viele Teile für diese Rüstungen hier finden, bei den NPCs, die ihr dort bekämpft. Und hier haben wir jetzt eine Rüstung, die zimerische Stahlrüstung. Die gibt Gesundheitsbonus eine ganze Menge. Und ihr seht schon, die hat auch natürlich einen höheren Rüstungswert und gibt mir einen zusätzlichen Gesundheitsbonus. Ich ziehe das mal aus. So, haben wir jetzt hier einen Wert von 1789. Und wenn wir das anziehen, dann haben wir einen Wert von 1889. Also wir gewinnen 100 Punkte Gesundheit durch diese Rüstung. Wie gesagt, sie hat den Vorteil, ihr könnt sie euch zusammen sammeln. Und die Rüstungen, die ihr bei den NPCs findet, die sind meistens eh nicht mehr sehr lange haltbar. Insofern macht es Sinn, die gleich euren Thrills zu geben. Dann haben wir hier eine Rüstung, die ihr meines Erachtens relativ bald im Spiel schon lernen könnt. Gut, das ist die leeren geschmiedete Drachenrüstung. Gut, ihr braucht dafür Drachenknochen. Das heißt, ihr müsst natürlich gegen Drachen kämpfen. Auch diese Rüstung gibt uns Gesundheitsbonus, aber eben auch Stärkewaffen schaden, Ausdauer und wieder Gesundheit. Der Punkt ist, mit Ausdauer können eure Thrills nichts anfangen. Also das wäre etwas, was für euch selber interessant ist, aber nicht für den Thrall. Das bedeutet, wir könnten auch dieses Teil hier austauschen gegen zum Beispiel sein Teil hier, ja. Seine Hose, wollte ich sagen. Sieht dann natürlich nicht mehr ganz so schick aus, aber du kannst dieses Aussehen korrigieren. Wo habe ich sie jetzt? In dem du die Zaubererwerkbank benutzt und dort dann ein anderes Design drüber legst. Das wäre eine Möglichkeit. Die Drachenrüstung lernen wir hier im Krater. Ihr könnt da runterklettern. Ich verlinke euch ein Video, wo ich gezeigt habe, wie ihr da hinkommt. Und könnt die lernen, ohne dass ihr den großen Drachen bekämpfen müsst. Allerdings für die Herstellung müsst ihr dann eh Drachenknochen haben. Das wäre schon eine Option, finde ich, für das mittlere Spiel. Wobei diese Rüstung auch durchaus gut ist für das Endgame, ja. Dann haben wir hier etwas für die Beweglichkeitskämpfer. Diese Rüstung hier kommt mit dem aktuellen Event. Das ist die stygische Soldatenrüstung. Und die gibt euch Beweglichkeitswaffenschaden. Die habe ich hier mit reingenommen, weil sie meines Erachtens momentan die beste Rüstung ist, die ihr außerhalb von irgendwelchen DLCs oder Käufen bekommen könnt, indem ihr eben die Perch spielt. Und dann bekommt ihr diese Rüstung. Und auch hier wieder nochmal der Hinweis, das ist nackt. Das heißt, das ist von mir reingespawnt. Das ist nicht mit einem Rüstungsmacher gemacht. Sie hat einen Rüstungswert von 1120. Und sie gibt uns eben den Beweglichkeitsbonus hier. Ich habe hier einen Reliquienleger Schatzsucher genommen. Der kommt schon mit einem Beweglichkeitsschadenbonus. Wir ziehen ihm die Sachen hier mal aus. Oder ihr. Und gucken nochmal. Also die kommt schon mit 16% Beweglichkeitsschadenbonus. Und wenn ich ihr diese stygische Soldatenrüstung anziehe, dann hat sie hier einen Wert von 31. Das heißt, das wäre durchaus eine gute Wahl für einen Beweglichkeitskämpfer, einen Reliquienjäger Schatzsucher und dann diese Rüstung idealerweise mit einem T4-Rüstungsmacher hergestellt. Das bringt dann richtig viel. Und dann nochmal verstärkt auch. Hier noch ein anderes Beispiel einfach, um zu zeigen, dass es nicht nur diese eine Option der Rüstung gibt. Hier haben wir die Lemurianische Kriegerrüstung. Die könnt ihr auch ganz einfach lernen, indem ihr die Witchqueen einmal besiegt. Und das ist super einfach. Die Witchqueen findet ihr hier im Palast der Hexenkönigin. Also die Hexenkönigin findet ihr in ihrem Palast. Der Kampf ist sehr einfach. Auch hierzu verlinke ich euch ein Video, wo ihr euch das mal angucken könnt, wie das funktioniert. Und da könnt ihr diese Rüstung hier lernen. Und die habe ich jetzt einmal hier in der Standardversion ihm angezogen. Und die gibt halt Stärkewaffenschaden auch. Jetzt ziehen wir ihm das mal aus und ziehen ihm diese hier an. Die ist zwar jetzt vom Rüstungswert nicht so wahnsinnig hoch, obwohl sie schon mit einem T4-Rüstungsmacher gemacht ist und ist auch verstärkt worden bereits von mir. Aber sie gibt mehr Schaden dadurch. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, was sich verändern kann, wenn wir einen T4-Rüstungsmacher benutzen und dann noch Verstärkung da drauf packen. Jetzt haben wir hier einen Stärkeschadenbonus von 39. Könnte am Anfang eine Option sein, weil der Palast der Hexenkönigin ist so einfach zu machen, dass ihr relativ schnell an diese Rüstung kommen könnt. So, dann kommen wir zum Endgame. Nein, ich habe hier nicht zweimal die gleiche Rüstung angezogen. Wir haben hier dreimal Dalinzia vor uns stehen. Und die erste Dalinzia trägt die Rüstung der lautlosen Legion. Auch wieder eingespawnt, ohne irgendwelche Extras und hat einen Rüstungswert von 1100. Diese Rüstung gibt uns Stärkewaffenschaden, Stärkewaffenschaden, nochmal Stärkewaffenschaden, nee, halt Gesundheit, Ausdauer und Traglast. Nun, was wir für die Thrales wollen, ist Stärkewaffenschaden und Gesundheit, was wir eigentlich nicht wollen. Also damit, das wirkt halt bei denen nicht. Das ist Ausdauer und Traglast. Das heißt, da haben wir jetzt eine Rüstung, die schon mal sehr gut ist. Eine der besseren Rüstungen, oder ich würde schon sagen, eine der besten Rüstungen hier im Spiel. Aber sie bringt einige Punkte mit, die nicht optimal sind. Daneben haben wir die Rüstung der Erlöstenlegion. Gleicher Wert hier oben, oben der Rüstungswert. Und die bringt eben auch wieder hier unten Ausdauer und Traglast mit. Und Stärkewaffenschaden und, nochmal Stärkewaffenschaden und Gesundheit. Die doppelte Menge jeweils. Ja, die doppelte Menge. Beide dieser Rüstungen lernt ihr in der Schwarzen Feste, wenn ihr dort den Bosskampf macht. Was heißt, ihr könnt den Bosskampf auch irgendwie auslassen, wenn das geht und wieder wegrennen. Auf jeden Fall, dort könnt ihr das lernen. Das verlinke ich euch auch, das Video dazu. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Rüstung für euch selber. Ob ihr jetzt diese oder jene wählt, beide sind sehr gut. Und wenn ihr sie mit einem T4 Shield Ride Rüstungsmacher macht, dann bekommt ihr eine richtig klasse Rüstung, auch für euch selber. Dann haben wir hier die Götter-Gottesbrecher. Nicht Götterbrecher, Gottesbrecher-Rüstung. Die ist natürlich auch sehr gut. Die gibt uns Ausdauer, gibt uns mehr Rüstung, gibt uns Stärkewaffenschaden, Beweglichkeitswaffenschaden und Traglast. Also da sind jetzt einige Sachen dabei, die wir für unsere Thrills nicht haben möchten. Aber man kann zum Beispiel gerade hier auch diese Handschuhe sehr gut nehmen und kann sie dann entsprechend austauschen. Das wird häufig gemacht. Und wir haben hier bei D'Alinxia schon mal die Gamaschen des Champions mit drin, die aus dem gleichen Dungeon kommen wie die Götter-Gottesbrecher-Rüstung. Das wäre eine Option. Und wir könnten jetzt zum Beispiel auch sagen, wir tauschen die Handschuhe gegen die Handschuhe aus der Gottesbrecher-Rüstung aus. Und dies hier sind die Gamaschen des Champions, eine sicherlich der besten Rüstung, auch die ihr bekommen könnt. Und diese Dinge kann man austauschen für den Strull, weil was uns eben nicht interessiert, ist die Ausdauer. Und was uns auch nicht interessiert, ist die Traglast. Und eine Option wäre hier, diese Schuhe, die zimmerischen Stahlstiefel, die ihr anzuziehen und dadurch noch mehr Gesundheitsbonus auch zu bekommen. Also so kann man mit den Dingen spielen und kann sich praktisch die Rüstung für seinen Thrull so zusammenstellen, wie es am besten funktioniert. Bei den Standardrüstungen habe ich jetzt für das Endgame eigentlich auch nur wieder hier die Soldatenrüstung, die ich euch, die stygische Soldatenrüstung, die ich euch empfehlen kann. Wenn wir natürlich die DLCs haben, einzelne davon, dann kann man hier natürlich sehr viel mehr auch variieren, weil die bringen natürlich teilweise auch gute Stats mit. Zum Beispiel hier die piktische Kriegshäuptling-Rüstung, eine meiner Lieblingsrüstungen. Das wäre zum Beispiel etwas, was man auch dann einem Thrull gut anziehen kann. Jetzt zum Beispiel unserer Dallinzia da vorne. Das wäre eine gute Option. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist auch Teile, die ihr euch zusammensammeln könnt, nämlich in Xaltars Zuflucht. Da könntet ihr hier zum Beispiel Teile der Sobeck-Rüstung bekommen. Die müsst ihr dort sammeln. Und die gibt auch extra nochmal viel Gesundheit. Das wäre eine gute Option auch. Und ist auch relativ einfach zu bekommen, diese Rüstung. Oder was auch eine gute Option aus einem DLC wäre, hier wäre diese Turanische Rüstung mit Beweglichkeitswaffenschaden. Die bringt auch schon einen recht guten Rüstungswert mit. Auch so nackt, sage ich jetzt mal. Das wäre eine andere Option aus einem DLC. Und ihr könnt natürlich die ganzen Sachen auch kombinieren und dann transmocken. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Rüstungen ihr für eure Thrulls bevorzugt. Das würde mich schon interessieren. Und die anderen, die dieses Video schauen, vermutlich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Bis dann. Ciao.